Kohli, Servus, frischgebackener BMW Open Champion zum zweiten Mal. Wie hat es sich angefühlt? Ja, sicherlich sensationell. Immer noch kannst du nicht ganz glauben, weil es einfach Turnier zu gewinnen ist, sag ich mal eher selten von mir und es ist einfach so geil gewesen, auch vor heimischem Publikum, vor den ganzen Freunden. War ein richtig geiles Turnier. Die Leute wollen natürlich wissen, was machst du mit deinen ganzen Autos? Zum zweiten Mal jetzt bei dem BMW Open, am BMW gewonnen, weißt du schon, was du damit machst? Ja, so unter der Hand gab es jetzt schon einige Anfragen, so ein paar gute Späßchen auch. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe unglücklicherweise schon vorher ein Auto gekauft vom BMW, von dem her, ja, noch eins, ich kann ja nur eins fahren, also von dem her weiß ich es wirklich noch nicht. Heute ganz früh aufgestanden, wahrscheinlich nach Madrid geflogen, jetzt angekommen, jetzt spielst du ein bisschen seit einer halben Stunde. Wie fühlst du dich körperlich? Ja, eigentlich fühlt man sich ganz gut. Klar hat man nach so vier Matches und jetzt auch halb im Finale war ziemlich tough. Merkt man so ein bisschen schon was, aber klar auch die Lockerheit, weil man ein richtig gutes Gefühl hat, ein Turnier zu gewonnen zu haben. Ja, was soll ich sagen, blaue Asche. Sicherlich, ja, nicht rot, das ist klar. Spielt sich eigentlich echt okay, weil es gibt immer ein paar Stellen, aber ich glaube, man muss sich eh auf jedes Turnier immer neu vorbereiten und jetzt die ersten Eindrücke sind richtig gut und ja, ich hoffe, dass ich den Schwung mitnehmen kann. Es wird eine harte Aufgabe gegen Game und Fies, aber ja, ich will noch nicht an morgen denken, sondern noch an die BMW Open. Super, Koli, vielen, vielen Dank. Danke. Wir sind auch, der könnte sein Coach dem BMW schenken, für die hat auch einen großen Anteil in diesem Sieg. Dankeschön. Stefan, eine kurze Frage, was sagst du aus Trainersicht bisher zum Blauen Sand? Was sind die ersten Eindrücke? Das ist sehr interessant, das ist was ganz anderes. Man sollte immer positiv neue Sachen sein und ich weiß nicht richtig den Grund, warum man hat Blauen Sand gemacht. Die Plätze sind vielleicht ein bisschen rutschig, ich glaube, man könnte die Plätze besser hinkriegen und dann glaube ich auch, die Farbe ist egal. Aber im Moment ist es so, dass die sind ein bisschen so rutschig, finde ich. Und es sind sehr viele schlechte Bounces auf dem Platz. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass vielleicht die Spiele können sich auch verletzten, die rutschen aus. Aber die Idee ist sicher interessant und immer was Neues. Es ist positiver Tennis. Stellst du deine Spieler jetzt hier anders ein? Denkst du, dass man taktisch gewisse Sachen ändern muss oder spielt man einfach so drauf los, wie man es auf roter Asche macht? Ne, ich finde man muss mit Umständen umgehen. Man als Spieler muss in der Lage sein, den Platz zu lesen. Und wenn man schneller versteht, wie der Platz funktioniert, dann kann er auch so spielen, wie er denkt, er braucht zu gewinnen. Man muss einfach nicht schimpfen, einfach positiv sehen und einfach sagen, jeder hat das gleiche Problem. Jeder, der kann sich am besten umstellen und mit den Sachen umgehen, wird erfolgreich sein. Vielen Dank Stefan, vielen Dank Kohli, viel Spaß noch beim Training. Dankeschön.